So, da sind wir wieder und ich habe vergessen, mich umzugucken, aber ich hatte die Idee, dass man vielleicht einfach nur hier dran schaukeln muss und dass ich das dann... Ah, es ist Glas! Okay. Okay. Ich weiß, ich könnte es wesentlich einfacher machen, indem ich einfach das Teil wieder runterlasse. Mach ich auch. Smash! Nee, ich glaube, damit kriege ich es nicht, ne? Ich hätte von oben das Gelbe runterfallen lassen müssen auf das Glas. Auch okay. Dann muss ich das jetzt wieder aufbauen hier. Ach Gott. Der Typ... Der Typ hat nicht die Steuerung, wie ich sie gerne hätte. Komm schon! Du Bitch! Jetzt mach... Okay, Moment. Wir ziehen jetzt an der Ecke. So. Und... Nee. Dann ziehen wir das hier wieder drauf. Nimm den Schalter. What the fuck, Alter? Alles gut. Sag da alles gut. Hm? Aua. Geh hoch. Hier. Okay, jetzt sind wir zum dritten Mal oben. Komm schon. Blätter hoch, du Nichtsnutz. So. Jetzt wirf das Teil da runter. Danke. Jetzt? Okay. Bruch. Gehe ich damit genug Schwung jetzt? Zurück. Boah. Noch einmal. Zurück. Oh shit, ich habe die ganze Zeit nach hinten gehalten. Moment. Und jetzt aber. Hier. Huiiii. Oh, Gewalt. Was? Wir sind im Mittelalter angekommen. Das ist scheiße. Okay. Mittelalter ist fortschrittlich, wa? Wir sind gerade von... Von hier, äh... Wie heißen das? Industrialisierung und so weiter. Wir sind gerade von der Industrialisierung ins Mittelalter. Jetzt geh doch mal weg hier. So. Komm mal auf. Yeah. Okay. Und jetzt? Lass mich raus. Okay. Stabhochsprung. Echt? Jetzt muss ich echt Stabhochsprung machen hier? Ah, das kann ich mir nicht so geil vorstellen mit dem Typen hier. Naja, wollen wir mal sehen. Ähm. Zieh mal den Stock hier hoch. So. Dann... Müsst mal das spitze Ende. Und... Krüß es hier hin. Ne. War ja doch... Das in die Richtung muss es ja sein, wa? Äh. Irgendwie... Komm schon. Du kannst es. Ach. Gut. Okay. Okay. So, wir nochmal hier... Warte, jetzt... Nehmen wir den Stab mit beiden Händen. Danke. Weil ich könnte vielleicht auch einfach den so hinlegen, dass es so eine Art Brücke ergibt, oder? Vielleicht ist es einfacher als Stabhochsprung. So. So muss ich immer direkt die komplizierteste Variante nehmen, die es gibt. Okay. Dann... Ah. Fuck. Okay. Wir nehmen jetzt, äh... Nehmen die Spitze. Und... Fall nicht runter, weil sonst fällt der Stab auch wieder runter. Geh hoch. So. Okay. Moment. Ganz fusselig zu kontrollieren hier. So. Den Stab. So. Dann nimm den Stab in der Ecke. Und so. So. Und dann... Piep langsam rüber, Bro. Nein. Nein. Komm schon. Kannst du es? Oh. Oder kann man einfach die... Warte. Warte, 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 warte. Vielleicht hätte ich auch den Stein da hinten nehmen können, hm? Kann ich hier das zerbrechen damit? Oh. Kann das echt aufbiegen. Oh. Oh. Stabhochsprung, Alter. Alles klar. Aha. Oh. Edelig. Nehmen wir mal nicht den dicksten Stein. Ah, fuck. Mal ein paar Hoops werfen hier. Slamdonk. Woo. Aber... Okay, warte. Kann ich das hier runter machen noch? Ne. Ah, da hinten macht man es runter. Okay. Okay. Warte, warte, warte. Okay, das funktioniert nicht so ganz. Warte, warte. Okay. Runter. Runter. Ach, das ist schon ganz unten. Ich bin natürlich auch schlau. So. Nimm den Stein und leg den aufs Katapult. So. Und dann? Ja. Frage ist, war das genug? Mach vorsichtshalber noch einen Stein. Dann nimm jetzt mal hier die Winde und... Ne, du sollst die oben nehmen nochmal. Ja, komm. Ja, voll... Voll so rhythmisch hier die Winde dreht. Komm. So. Yeah. Ja, nehmen wir den dicken... Den dicken Wackerstein hier. So. Und... Yeah. Nice. Kann ich jetzt eigentlich hier hinten... Türe aufmachen? Ja, wobei, es bringt eigentlich gar nichts, ne? Naja, es ist einfach nur eine Wand. Naja. Die haben hier auch sogar eine Türe, sodass man sich so... Warte. Hätte ich einfach die Tür aufmachen können. Vielleicht hätte ich einfach da reinpekeln können, oder? Warte. Ah, ne, das geht nicht. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir halt außenrum durch unser neues Loch in der Wand. Wie die Wand halt echt gemauert ist aus so einzelnen Steinen, gell, ne? Okay. Mach die Tür auf. Sehr schön. Okay. Dann, äh... Oh shit, alter. So. Und... So, ja. Easy. Weeee. Pfff. Okay. So war das nicht geplant. Ist jemand zu Hause? Okay, das geht nicht. Schade, das wäre lustig gewesen. Na gut. Dann versuche ich mal mit dem Wagen hier ranzurollen, stattdessen. Warte. Wo ich das mache. Hm. Geht nicht. Das Fenster nicht offen. Und hier so? Nö. Na gut, dann... Dann ziehen wir mal das Wägelchen. Ich meine, das ist recht langsam, aber wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich so einen Klotz ziehen müsste, der so zweimal so groß ist wie ich einfach, da würde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell laufen. soo... 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 oh shit. Moment. Und... nochmal hier. Hääääh. Komm. Geht doch. So. Mit der Lampe anzielen und Yeah. Yeah. Uh. Okay. Und tap, 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 tap. Und zurück. Und vor. 360. Yeah. Hoch. Alter, der hat mit seinem Wanst vorne aufgesetzt. Okay. Und. Aber. Okay, hat geklappt. Da ist die Tür, wo ich nicht durchgekommen bin, oder? Hm? Äh. Krieg das Schloss nicht kaputt. Komm. Aua. Nimm den Stein. So hat das beim ersten Mal so gut funktioniert hier. Junge. Ich verarschen. Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die Tür öffne, aber ich glaube, das ist, um andere durchzulassen, wenn man im, äh, multiplayer spielt, oder? Lass mich! Na gut, egal. Lass die Tür halt zu. Ganz ehrlich. Soll sie doch zu bleiben. Ich bin ein Einbrecher. Ich bin kein normaler Mensch. Ich gehe durchs Fenster. Ach. Okay. Alles clear, Freunde. Ach du Scheiße. Jetzt kommt so ein dicker Wagen. Wo muss ich denn überhaupt hin, hier? Okay, der muss, glaube ich, da dazwischen gefahren werden. Aber, das, Freunde, machen wir dann leider erst in der nächsten Folge, ja? Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Äh. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.